Hallo ihr Lieben, ich freue mich, dass ihr heute wieder auf meinem YouTube-Kanal einschaltet. Und ich habe mir ein Thema überlegt, was ich ganz, ganz oft gefragt werde, auch in unserer Facebook-Gruppe. Und die Frage ist, wie fühlt sich denn nun ein Jenseits-Kontakt an? Kann man den irgendwie fühlen? Oder ja, sieht man das? Oder wie ist das? Also grundsätzlich muss ich euch sagen, das ist sehr, sehr unterschiedlich. Und das hat natürlich auch mit der Persönlichkeit des Mediums zu tun. Ich weiß noch, wie ich angefangen habe, Jenseits-Kontakte zu machen, konnte ich da kaum Unterschied wahrnehmen, ob ich nun jetzt jemanden im Kanal hatte oder nicht. Und das hat mich fast verrückt gemacht. Es war unglaublich schwierig zu verstehen, wann ist denn jemand da und wann nicht. Und mit der Zeit haben sich da Dinge herauskristallisiert und die heute für mich ganz klar Zeichen sind, wie sich ein Verstorbener anfühlt. Also vielleicht, um mal die Ängstlichen unter euch zu beruhigen, ein Verstorbener geht nicht in uns hinein. Also das ist keine Besetzung oder so etwas. Sondern ein Verstorbener spielt mit uns, spielt mit unserer Energie, spielt mit unserem Feld, spielt mit unseren Emotionen, spielt mit den Bildern im Prinzip auf unserer Festplatte, die wir ja Gehirn nennen. Und so muss man sich das vorstellen. Und deswegen ist es auch bei jedem Medium anders. Ein Medium ist vielleicht vorrangig hellfühlend. Dieses Medium wird es auf alle Fälle mehr über das Gefühl erfahren. Ein anderes Medium, was mehr hellsichtig ist, wird mehr innere Bilder bekommen, die auf einmal starten, ohne dass das Medium jetzt besonders aufmerksam war. Oder es kommt übers Hellhören. Und das ist nicht so, als würden wir unbedingt eine Stimme hier am Ohr hören, sondern es ist eher wie eine innere Stimme. Oder wenn es um eigenen Kontakt geht, die Erinnerung an die Stimme meines Opas, meines Onkels oder an andere Menschen, die ich geliebt habe und die verstorben sind. Also ihr seht schon, das Thema ist ein bisschen komplexer, wie man denkt. Es gibt nicht erstens, zweitens, drittens, sondern das ist überall anders. Und da kommen noch ganz andere Voraussetzungen, damit man das überhaupt wahrnehmen kann. Aber da spreche ich in einem anderen Video drüber. So wie ist das jetzt nun bei mir heute. Und das ist sehr unterschiedlich. Es kommt jetzt darauf an, möchte ich einen Kontakt ganz gezielt für einen Klienten machen, dann fühlt sich das so an. Ich gehe dann erst mal hinauf in die geistige Welt mit meinen Gedanken, setze eine Intention, wen ich da haben möchte und ob das möglich ist. Und bitte einfach demütig darum, dass ich hier als Kanal dienen darf. Ja, und dann warte ich einfach. Mach mich ganz leer, mach mich ganz offen, mach mich ganz weit und warte. Und dann beginnt irgendwann so in meinem Gesichtsfeld, ne, da beginnt so eine Art Dichtigkeit. Ich merke, die Luft verändert sich. Manchmal wird es kühler oder ich spüre einen Windhauch, wo gar kein Windhauch sein kann. Und ich merke, ich werde in so eine Art Kokon eingehüllt. Und irgendwann startet dann die Übermittlung. Und die Übermittlung kann sein, ich fühle auf einmal die Persönlichkeit des Menschen. Und ihr wisst ja selber, wenn ihr mit einer Freundin, die immer gut drauf ist, zusammen seid, dann habt ihr auf einmal eine Fröhlichkeit in euch. Habt ihr einen Menschen, der sehr depressiv ist um euch herum, dann zieht das euch natürlich auch manchmal ein bisschen mit runter. Und ihr seid eben auch traurig, ne. Und diese Gefühle würden uns dann auch so übermittelt. Das heißt natürlich nicht, dass im Jenseits alle noch depressiv sind, sondern sie zeigen sich natürlich, wie sie zu Lebzeiten waren. Denn sonst könnten wir gar keine Beweise finden oder könnten gar nicht erkennen, wie sie sind. Also das sind zum Beispiel, wie ich das fühle. Dann habe ich ganz, ganz oft einen Schauer, der durch mich durchgeht. Der ganze Raum verändert sich. Ich habe manchmal das Gefühl, ich bin gar nicht mehr hier. Ich bin irgendwo anders in himmlischen Gefilden unterwegs. Und ich bin voll konzentriert. Also es ist nicht einfach so, dass ich sage, oh, ich relaxe jetzt mal und da kommt der Jenseitskontakt. Sondern ich bin schon voll konzentriert, voll fokussiert und zwar nur auf eins. Diese Art Übermittlung zwischen Himmel und Erde, weil ich habe dann meistens vor mir jemanden liegen, der Botschaften braucht, sucht und auch nötig hat. Und das ist also, wenn ich selbst einen Kontakt für einen Kunden herstelle. Das heißt, ich versuche wirklich in die Liebe zu gehen, zwischen mir, dem Klienten. Da bekommt der Klient oft nichts mit. Gehen die Liebe zur geistigen Welt. Und irgendwann merke ich, es durchrieselt mich. Es startet. Ich bekomme etwas zu hören. Ich rieche etwas. Ich schmecke etwas. Ich fühle etwas. Und meine inneren Bilder starten. Und am Anfang machst du da besser die Augen zu, weil du dann voll konzentriert bist. Und in dem Moment, wo du die Augen zumachst, bist du auch in einem anderen Bewusstseinszustand. Es kann also helfen. Später sieht das nicht gut aus, wenn man mit geschlossenem Augen vor einem Klienten sitzt. Aber am Anfang ist das definitiv in Ordnung. Ja, und was anderes ist, wenn ich einen Jenseitskontakt machen möchte für mich selbst, also zu jemandem, den ich kenne, zu meinem Geistführer, zu meinen Helfern, zu meinen geistigen Helfen in der geistigen Welt oder auch zu meinem Krafttier oder zu verstorbenen Tieren und zu verstorbenen Kindern. Das ist also etwas, das ist dann nochmal ganz anders. Dann muss ich einfach in ein anderes Mittel wählen. Ich kann das zwar auch so machen und bitte dann darum, dass der Kontakt zu mir kommt und bin wieder genauso aufmerksam. Aber ich liebe das, so etwas während einer Meditation zu machen. Das heißt, die Meditation bringt mich dann in diesen Zustand. Und in diesem Zustand können wir die Kraft, die Power dieses Menschen spüren, denn die geht niemals verloren. Der Mensch ist zwar jetzt geistig da, aber seine Power ist deutlich spürbar. Und eine solche Meditation nennen wir ein Sitting in the Power. Aber auch da gibt es später noch ein neues Video dazu, sodass ihr euch da vielleicht ein bisschen mehr darunter vorstellen könnt. Und wenn ich dann in dieser Meditation sitze, dann überlasse ich es meistens der geistigen Welt, wen sie mir schickt. Weil sie wissen am besten, welche Energien heute genau richtig sind und was ich brauche an Botschaft und von wem ich das brauche. Wir glauben zwar immer, wir müssen den und den haben, aber oft ist das nicht der richtige Botschafter für uns aus der geistigen Welt. Also sitze ich dann da und warte, wer auf mich zukommt. Und ich erlebe dann in einer Meditation, bin ich in so einem heilen, heiligen, geschützten Raum und habe dann dort meine Begegnung. Und das ist für mich immer ein wunderschönes Erlebnis, weil dann bin ich nicht so in dem typischen Arbeitsmodus eines Mediums, der für Klienten jetzt arbeitet, sondern ich kann ganz bei mir bleiben, kann ganz für mich bleiben, kann das genießen. Und das würde ich dir auch immer, immer raten, wenn du selbst einen Kontakt machen möchtest, dann such dir eine geführte Meditation, die dich da hinbringt. Und selbst wenn du beim ersten Mal nicht Erfolg hast, weil deine Erwartungshaltung vielleicht exorbitant ist, mach das trotzdem einfach und gib dir eine Chance, das mehrmals zu wiederholen, bis du dann da bist. Auch Meditation will gelernt sein. Naja und außer den Gefühlen und diesem Hören und diesen inneren Bildern ist natürlich auch um mich herum verändert sich die komplette Energie. Es kann sein, dass mir ganz heiß wird und draußen wird es kalt, also um mich herum wird es kühl. Es kann aber auch umgekehrt sein. Das heißt, ich habe kalte Schauer, die mich durchlaufen und fange an zu schwitzen. Also ganz, ganz unterschiedliche Wahrnehmung, aber für mich ist es immer sehr, sehr dicht. Also die Energie wird auf alle Fälle dichter. Ist ja auch klar, wenn jetzt auf einmal zwei Energien meine und die jenseitige Energie im Raum sind. Und das andere, es gibt noch so eine dritte Variante, die hat sich bei mir erst nach Jahren entwickelt, der Arbeit. Es gibt ja auch Momente, da will die geistige Welt Kontakt zu mir aufnehmen, aus irgendeinem Grunde. Und ich bin vielleicht gerade, was weiß ich, einen Blogartikel am Schreiben oder in meiner Facebook-Gruppe unterwegs oder bin eine neue PowerPoint-Präsentation am Machen oder Videos am Aufnehmen, wie jetzt gerade. Und da hat die geistige Welt sich eine Sache ausgedacht, die mir sofort zeigt, auch wenn ich nicht aufmerksam bin, gerade für geistige Welt, dass da jemand mit mir kommunizieren will. Und ich kann nur sagen, das geht über meine rechte Gehirnhälfte und es fühlt sich an, als hätte ich eine Dusche dort drin und es sprüht. Es ist, als würde es innerlich auf der rechten Gehirnhälfte sprühen. Das ist wie ein Gribbeln dort. Und dieses Gribbeln wird stärker und stärker und dann weiß ich, okay, ich kann jetzt aufhören mit dem, was ich tue. Big Brother möchte irgendwas mit mir reden. Und dann ist das auch so. Und dann begebe ich mich eben entweder in diesen Arbeitsmodus oder ich gehe in eine Meditation und sage, hier bin ich. Wer möchte mit mir reden? Und das sind so diese drei Wege, die die geistige Welt eben nimmt. Einmal, um von sich aus Kontakt aufzunehmen. Und die anderen beiden Wege sind eben, wenn ich für jemanden Kontakt suche oder für mich selber. Und das sind Dinge, die sich im Laufe der Jahre bei mir herauskristallisiert haben. Aber wenn du jetzt nicht besonders sensitiv bist, heißt es nicht, dass kein Medium sein kannst, dann wirst du das nicht so stark fühlen. Bist du mehr bilderorientiert, also ein hellsehendes Medium, ohne das zu wissen, werden Bilder kommen. Also vergleich dich nicht mit mir und das hier muss nicht bei dir passieren. Das sind, ich glaube, ein einziger Schüler hat das auch. Aber wie gesagt, es ist jedes Mal anders und sie werden mit dir kommunizieren, wenn sie das wollen und sie werden deine Aufmerksamkeit dann auf sich legen. Und ihr müsst dazu wissen, Medialität findet auf der rechten Gehnhälfte statt, nicht auf der linken. Und daher weiß ich ganz genau, das sind jetzt meine Freunde da oben und meine geistigen Führer oder jemand, den ich gekannt habe im Leben. Und ich freue mich dann immer ganz tierisch und ich weiß, dass dort immer dann eine Lehrstunde auf mich wartet oder Hilfe, auch wenn ich keine gesucht habe oder sie sehen die Not, in der ich gerade bin und wollen, wollen mir ein Stückchen weit entgegenkommen und helfen. Also so ähnlich fühlt sich das an und denk dran, drei Wege und es kann bei dir völlig unterschiedlich sein, aber das sind so die Dinge, auf die du achtest. Ach ja, und ganz zum Schluss gibt es noch etwas. Wenn eine zweite Energie in dein Energiefeld tritt, dann kann es sein, dass du auf einmal regelrecht Beklemmungen bekommst, hier im Brustbereich, dass du ganz tief durchatmen musst, weil du das Gefühl hast, du kriegst keine Luft mehr, dass das wie ein Druck ist, der sich hier auf den Brustkorb legen kann. Und das ist eben auch deine, dein Körper, dein Herz, deine Atmung muss diese zweite Energie austarieren. Und deswegen arbeitet dein Körper jetzt erst mal so ein bisschen mehr. Das kann sich natürlich ein bisschen bedrohlich anfühlen. Ich weiß noch, beim ersten Mal habe ich gedacht, ich sterbe, weil ich habe eine Lungenembolie hinter mir eigentlich sogar zwei. Und wenn du dann mal gestorben bist, weil du keine Luft kriegst, dann kriegst du natürlich sofort Kopfkino und denkst, oh Gott, jetzt ist es wieder soweit. Bis ich verstanden habe, dass mein Körper einfach ein bisschen Zeit braucht und ich gar keine Angst haben muss. Und es unterstützt einfach dann an der Stelle, wenn du zwei-, dreimal tief durchatmest. Und dann wirst du sehen, dass das Gefühl dann weggeht, dass du wieder in eine Art Normalzustand kommst. Das heißt aber nicht, dass die geistige Welt weg ist, sondern sie haben dann eben auch verstanden, dass sie sich vielleicht ein bisschen zurücknehmen müssen, dass der Druck zu groß ist. Und dein Körper hat dann eben auch gelernt, diese Energie zu akzeptieren. So, ich hoffe, das hilft dir ein bisschen weiter, wenn du alleine zu Hause bist und übst und weißt nicht, wie kann sich denn sowas anfühlen. Und vielleicht magst du mir hier unten drunter einfach mal kommentieren, wie es bei dir ist. So haben viele Menschen von diesem Video etwas, denn wir alle haben Stoff zum Lehren und wir alle können miteinander teilen und so wächst unser Wissen von Tag zu Tag. Und das wünsche ich mir einfach. Alles Liebe für dich!